Schaffen wir noch eine? Ja, oder? Ja, eins können wir noch machen. Machst du Psi nochmal Geist, oder wie so? Mir ist egal. Psi? Geht's auch überall. Dann mach ich Geist, dann mach ich Geist! Dann sagst doch, dass du es willst. Ich find Geist genial. So. So, dann darfst du mal reinkommen. Darf ich mal rausgehen? Sieht ganz raus. Ich glaub, wir haben das bis jetzt erst zweimal geschafft. Einmal als ich Geist war und einmal als ich beim ersten Mal als Psi Geist war, oder? Aber geschafft ja auch nicht. Gewonnen haben wir noch kein einziges Mal. Nee, gewonnen nicht. Aber immerhin soll ich uns aussuchen? Stimmt. Gewonnen haben wir noch nie. So, ich bin wieder die Frau, ne? Wie immer. Nee, bist du nicht. Oh Mann. Deine feminine Seite kommt halt durch. Ja, ihr macht ja einen sehr maskulinen Eindruck. Ich hab extremst abgenommen. Und die Brille verloren. Oh, da haben wir jetzt schon die erste... Das ist aber ein Nägel mit Kappen hier. Was soll man denn da? Hammer? Ist ein Schmied anwesend? Äh... Wo sind wir da? Nein. Was sind das hier? Da war so... Das hatte ich ja echt auf den Bildhauer gehofft, aber der ist ja nicht da. Ach, der Brille ist nicht da. Nee, ich bin mal eher hier. Wo die Schuhe und das Werkzeug und die Lampe und Handschuhe... Dachte ich eigentlich auch. War das anders? Ach, der ist... Ach, herrje... Ach, herrje... Da drauf. Was, der ist auch auf dem drauf? Ich hab's noch auf dem. Ja, das ist doch der Spielzeugmacher. Sag ich von dem Ried. Ja, das hab ich nicht gehört. Scheiß, die Zeit los. So, meine Frau geht bei der Brücke. An sich hab ich mich eigentlich schon entschieden. Ich find's schwierig. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Brut auf hat, dann wäre das diese... Schwierig ist es, aber ich... ...Kontroller, wo hier dieses ganze Schmuck und Fächerzeug und das Blut ist... Das würde wahrscheinlich... Sie hat alles eingepackt und geht los. Wo auch immer sie hin will. Schön war das. Ich nehm das mal. Witz. Ich hab's im Wald. Dann war's doch diese Müllerin wahrscheinlich. Das kann natürlich auch sein, aber... Das hat für mich nichts... Keine Ahnung. Weil's ne Frau ist und sie auch einen Hut auf hat, aber... Ja, aber der Rest passt irgendwie nicht. Ne, ist richtig, aber es passt immer der Rest nicht. Das ist... So, jetzt hab ich hier nur noch drei Bilder zur Auswahl aufgeschätzt. Das ist ja nicht viel. Ne, aber ne Karte kriegst du ja vielleicht noch. Ne, wir wollen mal gucken. Äh, was hab ich denn da? Ja, ein Paket. Ein Paket, ein Eisbüffel oder was auch noch so drauf sein mit dem Baum. Ein Baum. Mofu macht's mir nicht leicht mit ihrem. Gut, das kann das Seefahrer-Zimmer sein, aber das, ähm, ja. Könnte von der Kiste auch die Kiste auf dem ersten Bild sein. Wahrscheinlich aber eher nicht. Ne, das finde ich auch eher nicht, das ist, obwohl, ja, weiß ich nicht, aber ich tendiere doch auch eher zum Seefahrer, weil Wasser doch das vorher schon auf dem Bild ist. Ach komm schon, gib mir doch mal eine Karte, die dazu passt, verdammt gar nicht genau. Bei mir nehmen wir das abgerannt, den abgerannten Swimmingpool. Das wäre vom Wasser her. Ja, vom Schirm. Bah, verdammt. Das Schirm auch, aber auch, dass er Wasser ist. Egal. Egal. Oh, ich hab nicht mehr viel, ne, ich seh gar nicht, bei mir läuft keine Zeit. Ne, das läuft keine Zeit, ne. Oh Gott Oh Jesus Ja, der ging ja noch Ja, ich habe aber auch den Ärmel ins Gesicht gedrückt Konnte ich eben schon nicht mehr Oh Gott, wofür Ja, letzten Endes muss irgendeines Durchmachbar aufmachen Ist halt einfach so Ja, aber das ist doch dann die Das ist, nee Ja, nee Ja, nee, das ist immer sehr gut Ja, Sinn macht dieses Bild Wahrscheinlich auch gar nichts Sinn macht es eigentlich bei Frankheim Außer vielleicht noch auf den Jäger Aber das würde mit dem ersten Bild Überhaupt nicht passen Puh Tja Ich bin eher beim letzten Bild Oh, 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 man Ich bin ja immer noch bei dem Mittagenten Aber Also ich bin wofür sorgt Auf ihr geführt Siehst du, dann hört sie das mal Yay Was war es jetzt? Das letzte Das war das letzte Der, der, der Ja, okay Ja, okay Somi war auch mal eben kurz geholt Ach, aber ich war auch richtig durchgefasst Ja, ich Das war jetzt auch echt so schwierig Deswegen habe ich gedacht Nee, denken ist nicht Nee Hallo Kannst du doch nicht einfach denken hier Komm oder hin Oh, da hat jemand eine Vision Und zwar ich Und du freust Und ich Äh, was ist das Visions Und da sind wir eine, da oben eine Kutsche Herr Mofo ist nach wie vor immer schwierig Ich freue mich Ich liebe dich auch so mit Ich bin ja bei Bild 1 Bei C gerade Ähm, Bild 1 Naja, er zieht Fäden Da ist eine Kutsche Die fahren von da noch dort nach hier Und dann bitte nach da Zwischen den Pünsel angeln Müssen ja mal was essen Du bist aber auch immer auf Reisen Bei allem Ja Achso, Dings hat schon gewählt Ja Muss ich das so stehen Ähm, okay Das letzte Bild Das hätte ich eventuell sogar auch gewählt Aber Für mich jetzt Meine ich Oh Dann soll ich tauschen Nein, nein Äh, das ist Ich bin da ja absolut nicht Naja, nee Fällt ja bei mir was anderes ein Äh, ich hab Ich bin Ich hänge noch bei mir fest Das ist mein Problem Ja, achso Darf man jetzt zwei auswählen oder nicht Nee Deswegen Naja, nee Also, nee Lass mal Die Zeit läuft eh jetzt Was Wenn wir da jetzt mal umbauen wollen Dann Also Ich würde ja dann eher Haben wir noch genügend Zeit Ja, noch Aber Schwerer Das klang jetzt aber bedrohlich Ja Das ist doch auch Was mit den Fäden ziehen Ich weiß nicht Das Vielleicht 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 ist es auch einfach Ja, vielleicht ist es einfach Nur ein Faden Der die Angel auch ausmacht Auch das letzte Keine Ahnung Ach komm Ja, das letzte geht ja nicht Das hat ja Okay Okay Ich hatte wohl nichts Ja, mit so wie als Geist ist Aber, hä? Alexi ist durch, ne? Achso Machst du mir schon durch Ja Bist du schon einmal durch, oder? Nö Merkt man doch kaum Verpasst auf alles beides Passt Nichts Achso 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 Okay, das wäre für mich noch eher da. Oh, oh! Oh. Oh, wenn sie sagt, oh, dann muss da ja was ganz richtig Passendes passiert sein. Hm. Naja, ich meine Jagdhund, Wald, Pilze, aber wahrscheinlich eher nicht. Oder Hunderennen. Warum nicht? Oder Hunderennen. Oder Hunderennen, ja. Das ist natürlich auch möglich. Was anderes sehe ich da nicht. Da, schwierig sich zu entscheiden jetzt. Äh. Das ist der Vorderwahl. Kutsche passt. Könnte auch wieder zu beiden passen. Kutsche als Fortbewegung. Oder die Angel für den Jäger dann eher. Also insofern können wir jetzt ipzipzapp und du bist abmachen. Komm, ich nehme das Wunder hin. Ja! Wir helfen dir auch und wir sind ja auch immer so hilfreich. Naja. Immer wenn ich denke, das passt super, dann ist es doch nicht richtig super. Gut, wenn man das als Marionette nimmt, die könnte natürlich da rechts in diesem Dings gebaut worden sein. in diesem Hobbykiller-Schreiner-Dings. Die sind jetzt. Zum Beispiel Dings. Und Glöcksche. Ja gut, jetzt haben wir nur 50-50 noch, ne? Äh, ja. Für mich spricht Vizier ganz rechts das Bild. Ja, für mich eigentlich auch. Yeah! Boah! Wie gut! So, dann schaffen wir jetzt auch noch. Dann raten wir mal richtig. Das wäre schön, ja. Das hört sich nicht gut an. Ja doch, eigentlich war mein erster Gedanke. Harte. Aber, ich weiß natürlich nicht, ob ihr das jetzt genauso seht wie ich. Ja, das ist natürlich, das weiß ich ja nie. Das ist ja, genau darum geht es ja. So, was soll man denn da? Ja, ja. Da sehe ich wieder, das könnte jetzt mit den Schnüren da auf dem ersten Bild wieder zu tun haben. Aber auch nur eigentlich deswegen, weil das so eine Wollknäuze ist. Ja, ja. Es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit, da der Summi ja eben mal mit dem Waschbären so als Verbrecher und so gesehen hat. Und da unten ist ja die Sache mit dem Gericht. Das steht da vom Gericht. Ah. Ich glaube, das ist schon ein bisschen zu weit. Und das ist überhaupt nicht zu weit. Das ist genau Summi. Ich habe mir nur geräuspert. Was ist denn? Gericht. Ich habe halt so einen Kratzen im Hals, Mensch. War es nun Gericht oder Fäden? Das Gericht. Das Gericht. Du bist schuld. Weißt du jetzt schon, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott. Gegenüberstellung. Ja, Summi geht in der Gastrolle echt auch. Das ist gut. Ja. Ja, aber es funktioniert auch wohl. Ja. 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 Ich habe mich, ich muss mich über die Zeit. Ey. Aber. Du bist jetzt gerade ein bisschen abgehackt. Ich verstehe dich leid. Ich sagte nur, ich habe dir, ne, ich habe abgehackt gesprochen. Das ist auch so. Ja, dann kam beides zusammen. Du warst abgehackt und hast auch noch abgehackt gesprochen. Und es passt überhaupt alles überhaupt wieder nicht. Insofern wäre wahrscheinlich gut, wenn man an der Stelle nur einen Raben hätte. Also eine Creme. Ich sage immer Raben, aber es ist ja. Mhm. Creme. Puh. 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 Oh mein Gott! Und sonst so. Hättet mich nicht. Ich versuche nur ein bisschen Smalltalk zu betreiben in der Zeit. Damit der Zuschauer sich nicht langweilt. Ich zweifelte es mal, dass das Smalltalk dann was daran ändert. So, was haben wir denn da? Da haben wir einen Igel, da haben wir einen Bären. Schul. Äh, Schul? Schulmacher. Schuze, Egel. Äh. Ja, Schuhe, Schuhe. Ach du Kacke. Ich weiß, die Tiere auch. Ich will es nicht schon wieder gewesen sein. Wenn das der Schuhmacher, also wenn die Schuhe auf den ersten, dann hätten wir, dann müssten... Ja, aber das andere passt nicht. Das passt doch auch nicht zu dem anderen. Das ist wirklich das Problem. Was ist denn bei den Bären? Der hat noch ein Buch in der Hand. Ja, und eine Eule. Ja. Und es ist dunkel. Das Buch in der Hand könnte wieder Wetschein sein. Ähm, die Stiefel sind... Nee, das habe ich hier. Nee. Gut, dass wir hier keine Kameras haben, damit meine Kopfbewegungen nicht zu sehen sind. Was ist denn auf dem Egelbild noch drauf? Blümcher? Ja, Blümcher. Blümcher sind schon auf dem... Ja, ich weiß es nicht. Also ich hätte bitte auf den Schuhmacher getippt, wenn ich das von euch habe. Ja, ich sehe da jetzt auch gerade keine andere. Also bei den Bären sehe ich nur die Farbgebung und das Dunkle. Ja, okay. Ja, aber wie gesagt, ich sehe bei den anderen jetzt auch noch keine richtigen... Also ich bin bei der ersten Reihe. Was? Bei der ersten? Wir müssen alle drei richtig raten, das weißt du, ne? Ja, dann sagt ihr mir beide und ich schließe mich dann an. Nee, ich schließe... Also ich sage mal, warum. Wer Buch gericht, der Egel gericht so was wirkliches, man mastelt irgendwas. Stiefel, alter Mann, Schlüssellampe, der läuft im Dunkeln rum. Okay. Ja, was heißt das? Ähm, ja. Dann Reihe drei vielleicht noch. Wettbewerb. Dann haben wir solche alle. Die will passen überhaupt nicht wohin. Also ich mag keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was nehmen wir denn jetzt? Ich weiß doch nicht. Ich schließe mich der Masse an. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Mitte, komm, nimm mal Mitte. Sicher. Was, Mitte? Ja. Gut, Mitte. Dann bin ich natürlich schuld, weil ich es gesagt habe. Ja, natürlich. Ha! Komm! Bitte. Bitte Mitte, also. Nein! Nein! Doch, doch, ist richtig. Yay! Oh, der ist nach oben geschoben. Ja, ja, genau. Boah. Das geht doch. Aber ich war es trotzdem schon wieder. Ja, aber das war tatsächlich, ne? Erst gemacht. Dann, äh, der Igel, der sitzt da halt, hat mich nach an, der da am Kuh sitzt und mit den Blumen halt die Bäume. Und unten, wie Dexi schon sagte, diese Farbführung ist dunkel, das ist Nacht und dann da, ne? Ja. So ein bisschen denke ich dann schon, wie so wie. Außer bei den Waschbären. Genau, ja. Das war dir dann zu weit hergeholt. Das war mir zu hoch. Ist natürlich die Frage, ob du das schon unheimlich ist, wenn du so ein bisschen denkst wie ich. Ich würde mir Gedanken machen. Nee, mich wundert gar nichts mehr, ganz ehrlich. Sehr cool, sehr cool.